Was ist das Besondere, das digitale Format, was bisher sehr gut funktioniert. Spannend ist natürlich auch die Aktualität der Themen, die hier behandelt werden. Und die Diskussion zwischen den Experten ist sehr breit aufgestellt. Das macht das sehr spannend und gleichzeitig inspirierend. Nachhaltigkeit, ein Top-Thema. Krypto, ein wichtiges Thema. Mal gucken, wo die Reise hingeht, ob Trend oder Hype. Nein, ich glaube, man muss auch Freude mal zulassen. Man muss auch zulassen, dass wir das Licht am Ende des Tunnels jetzt alle sehen. Ich bin viel eher gespannt, wie dieses neue Normal, was immer so von vielen beschrieben wird, dann wirklich aussehen wird. Und ich hoffe wirklich, dass wir keine vierte Welle erleben. Das ist ein ganz aktuelles Thema. Wir haben es heute Morgen auch in einem Vortrag gehört. Es gibt jetzt gerade auch durch die Krise Tendenzen, mehr in Richtung planwirtschaftlich zu entwickeln. Von daher ist das Thema Marktwirtschaft per se sowieso ein wichtiges Thema. Und soziale Marktwirtschaft ist natürlich für mich eine Selbstverständlichkeit. Was ist das Thema Marktwirtschaft?